Willkommen zu unserem kurzen Einführungsvideo der Exodraft SafePlate Serie. Eine Serie von Wärmerückgewinnungseinheiten mit integriertem Sicherheitsbypass von Exodraft. Die SafePlate Serie wurde entwickelt, um ungenutzte Energie aus heißen Rauchgasen und Prozessluft in industriellen Prozessen zurückzugewinnen, die eine Rauchgastemperatur von bis zu 400 Grad Celsius haben. Das SafePlate-Gehäuse besteht aus Edelstahl mit einer Wärmedämmschicht, die das Gerät vor Strahlungsverluste schützt. Gleichzeitig sorgt der eingebaute Kondensatablauf für das sichere Ablaufen von Kondenswasser. Das Herzstück jeder Wärmerückgewinnungsanlage ist ein hocheffizienter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, Kupfer gelötet. Aufgrund seines einzigartigen Designs ist er sehr robust und hat eine äußerst effiziente Wärmeübertragung. Der Plattenwärmetauscher kann für Reinigungs- und Wertungszwecke schnell und einfach entnommen werden. Wenn keine Wärmerückgewinnung erforderlich oder gewünscht ist, können Sie mit der integrierten Bypass-Funktion den Strom heißer Rauchgase oder Pressluft umleiten und an dem Wärmetauscher vollständig vorbeiführen. Als Sicherheitsmaßnahme aktiviert sich die Bypass-Funktion automatisch, wenn sie eine fehlende Abnahme der Wärme erkennt und verhindert so eine Überhitzung des Systems. SafePlate-Wärmerückgewinnungseinheiten sind leicht, kompakt und haben ein kleines Format, was Sie für die Installation in engen Räumen und anderen beengten Situationen auszeichnet, in denen sperrigere Lösungen entweder unpraktisch oder unmöglich sind. Die SafePlate-Einheiten können sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden, was Ihnen mehr Freiheit bei der Platzierung gibt. Alternativ zum Standard-Plattenwärmetauscher Kupfergelötet kann die Safe-Serie auch mit einem Nickel-Plattenwärmetauscher ausgestattet werden, der sich besser für den Einbau in korrosiven Umgebungen eignet. Die Wärmerückgewinnungseinheiten der SafePlate-Serie sind für die Inneninstallation vorgesehen, können aber auch im Freien installiert werden, wenn sie ordnungsgemäß vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Produziert Ihr Unternehmen überschüssige Wärme, die verschwendet wird, wenn sie doch auch genutzt werden könnte? Dann rufen Sie uns noch heute an. Wir sind mehr als bereit, Ihnen bei Ihrer Energieoptimierung zu helfen.